. Urban Priol hier in Frankfurt, bekannt aus der Anstalt, dem Störsender und viele andere tolle Geschichten. Darf ich einfach fragen, warum? Na ja, zum einen, weil ich ja in der Nähe wohne. Man hört es nicht am Dialekt, aber ich komme ja aus dem tiefsten Bayern, aus Ascheberg. Und wenn vor meiner Haustür so etwas abgeht, dann muss man einfach dabei sein. Das ist völlig klar. Ist die Zeit jetzt, meinst du? Ja, natürlich ist die Zeit jetzt. Ja, wann, wenn nicht jetzt? Na ja, es wird höchste Zeit, dass mal da ein bisschen die Witt gegangen wird, wenn wir bei uns daheim sagen. Grüß Gott! Weil ich komme ja jetzt am Dialekt von ein bisschen weiter weg. Aus Ascheberg, das ist Bayern. Man ahnt in Frankfurt gar nicht, wie nahe der Feind sitzt. Und ich habe immer gedacht, so etwas wie am 1. Juni hier war, gibt es eigentlich nur in Bayern. Wo damals auch Max Streibl das Hinlangen der bayerischen Art groß verkündet hat und alles eingekesselt hat. Weil ich habe gesagt, ja, das ist Kesselfleisch, das haben wir gerne in Bayern. Ja, das würde ich so machen. Nein, ich finde es toll, dass so viele Menschen hier sind heute, weil ich mich an ein Wort von unserem großartigen, moralinsauren Bundespräsidenten Jockel Gauck erinnere, der gesagt hat, ja, Occupy und diese ganzen Bewegungen, das ist unsäglich albern. Sag ich, nein Jockel, das ist nicht unsäglich albern. Das ist wichtig, dass endlich mal sowas hier abgeht. Und viele sagen ja schon bei den Schwurbelreden von unserem Präsidenten, Gott schütze uns vor Eis und Wind und Reden, die vom Jockel sind. Nicht nur, weil er... Ich habe auch nicht lang gezögert zu sagen, okay, ich komme hierher. Ne, weil, wie gesagt, ich mit Bayern meine Dings, ich hätte nie gedacht, dass das hier... Man muss aber auch mal sagen, die normalen Polizisten, ich habe vorhin auch mit ein paar geredet, das sind ganz normale Jungs, da war halt die Schafmacher-Truppe von Volker Bouffier und von Boris Rhein, die beiden schon... Ja, es ist ja immer schon, wenn ich, ich bin ja in der ganzen Republik unterwegs und wenn die mich fragen, wie heißt der Ministerpräsident von Hessen? Und ich sage, das ist der Bouffier, der Bouffier und auch der Bouffier hat gesagt, da müssen wir... Weil es ist Wahlkampf und es ist klar, da geht es um die Themen Sicherheit, Bürger verunsichern, Angst schüren, Härte zeigen und dann geht es drauf. Und es ist schön, dass heute diese Gegendemo dazu nochmal so stattfindet, weil die anderen merken, oh scheiße, so ganz kommen wir doch nicht mit unserem Mist da irgendwo durch. Na, wir haben hier ein Grundrecht... Wir haben ein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, was in Bayern sowieso nur unter ferner Liefen läuft. Da war mal eine Volksabstimmung über die dritte Startbahn vom Münchner Flughafen, wo die Mehrheit gesagt hat, wollen wir nicht. Und dann kommt der Seehofer Schäustel und sagt einfach, es interessiert uns nicht, das ist im nationalen Interesse, die wird trotzdem gebaut. Ich hoffe, dass dort in der Nähe von Freising und in Erdinger Moos genau diese Bewegung stattfindet, die hier auch stattfindet, weil es ist so toll. Ich soll übrigens Grüße bestellen von den Freunden von Stuttgart 21, die können heute nicht hier sein, weil sie in Kehl am Rhein den Bohrkopf für die erste Tunnelbohrung gebührend in Empfang nehmen werden heute. Das ist auch schönes Wetter. Das ist prima. Nein! Aber da hat sich ja der Bouffier ein Beispiel dran genommen und hat gesagt, so wie der Mappus das gemacht hat damals mit den Wasserwerfern, da sind noch ein paar übrig gewesen halt. Das sind historische Fahrzeuge, die kriegen Standschäden, die muss man auch ab und zu mal bewegen. Dann habe ich gesagt, kommt mal nach Frankfurt, das können wir gut brauchen. Dann war eine Abordnung von Boris Rhein zur Parlamentarier-Informationsreise noch in Ankara, hat sich dann mit Erdogan getroffen und hat gesagt, wie ist denn dein Teferspray? Können wir das bei uns vielleicht auch einsetzen? Und da hat er gesagt, schüriertisch, schüriertisch, nehmt nicht mehr, okay, Demokratie, Demokratie, Scheiße, Demokratie, Scheiße, Platzbesitzung machen wir drauf, das ist kein Problem. Und wer zu allem natürlich wie immer schweigt, ist unsere tolle Kanzlerin, oder? Die Unangreifbare, unsere Marienerscheinung, das Bildstöckchen, die von Gott Gesandte, wo wenn Kritik an ihr geübt wird, das ganze Volk aufseufzt und sagt, oh, sie ist sie. Und sie, sie hatte das Deutlichste, weshalb wir heute hier sind, dass wir sagen, in Frankfurt, über diese Stadt, über die unser Bundesinnenministerversuch, Hans-Peter Friedrich, zu Recht festgestellt hat, es ist die kriminellste Stadt Deutschlands. Warum? Weil hier das Bankenzentrum ist. Keine Ahnung von Kritik.